Sie haben in dieser Runde wahrscheinlich auch diskutiert. Das wurde in der Pressekonferenz angekündigt. Es kann durchaus sein, dass es im Herbst eine vierte Impfung brauchen wird. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen? Das wurde am Rande mit einer Frage noch beantwortet. Gibt es da schon klare Hinweise darauf, dass es vielleicht auch einen anderen Impfstoff braucht? Was ja auch über den Sommer hinweg das natürlich erschweren würde, Menschen dazu zu bewegen, sich jetzt impfen zu lassen, wenn sie dann unter Umständen was anderes brauchen. Absolut richtig. Und deswegen glaube ich auch, dass es gut war, dass man jetzt nicht alles über Bord schmeißt und sagt, die Impfpflicht brauchen wir nicht, sondern dass wir das Gesetz jetzt einmal belassen und dann die nächsten Wochen in Ruhe von den Experten klären lassen, wo die Reise hingeht. Und da sind schon viele Fragen offen für den Herbst. Brauchen wir die Impfung überhaupt noch? Sozusagen muss aufgefrischt werden? Mit welchem Impfstoff muss aufgefrischt werden? Alles hängt an der Frage, taucht eine neue Mutation auf oder nicht im Herbst? Ich bin da für ein langsameres Vorgehen jetzt, für ein schrittweises Vorgehen und nicht für ein überhastetes Abschaffen der Impfpflicht. Manche fordern, das einfach über Bord zu werfen. Das hielt ich jetzt für verkehrt und ich glaube, wir sollten uns da auf Mediziner und Wissenschaftler verlassen können. Es macht ein bisschen unruhig, dass man heute nicht einschätzen kann, was im Herbst passiert. Aber in der Pandemie war es oft so, dass man oft wenige Wochen voraus nicht wusste, was wirklich geschieht. Ich glaube, es kann niemand derzeit sagen, was wir im Herbst tatsächlich für einen Impfstoff brauchen und ob wir auffrischen müssen und wann wir damit beginnen müssen. Ich hoffe sehr, darauf werde ich drängen, dass wir dadurch zum Sommer hin einfach mehr an wissenschaftlicher Evidenz bekommen. Insofern ist es richtig, jetzt einmal bei der Impfpflicht als Gesetzesregelung zu bleiben und dann zu entscheiden, wann muss was geimpft werden. Das ist richtig, jetzt einmal bei der Impfstoffe.